Hi, ähm, ich habe in der letzten Woche so gut wie nichts gefilmt, ähm, heute ist Montag, heute beginnt quasi meine letzte Woche, ähm, ja, und ich genieße einfach die Zeit mit meiner Gastfamilie, bevor ich wieder zurück nach Deutschland muss, und, ja, heute bekomme ich meine Booster-Impfung, drückt mir die Daumen, dass ich nicht, ähm, allzu dolle Nebenwirkungen habe oder so, oder flach liege, aber ja, selbst wenn ich flach liege, heute ist Montag, bis Weihnachten am Samstag, ähm, wird das schon wieder. In der letzten Woche haben die Nanny, Emily und ich, ähm, eine Musical-Woche gemacht, davon seht ihr auch ein paar Ausschnitte, also wir haben Newsies geguckt, Les Miserables und Greatest Showman. Ja, wie gesagt, dazu kommt auch noch ein extra Video raus mit unseren Ratings, und, äh, wir haben amerikanische und deutsche Süßigkeiten probiert und verglichen, und ich glaube, das ist ganz lustig, ja. Okay, gut, dann werde ich mal los. Hi. Das war der Kühlschrank. Ähm, ich bin jetzt im Wohnzimmer, ich gucke, ähm, ein paar YouTube-Videos von einem Musical-Theater-Major in College, und ich trinke Gatorade, ähm, ich war gestern mit meiner Nachbarin unterwegs, wir waren Frühstückessen, und, äh, da habe ich ihr erzählt, dass ich heute meine Booster-Impfung bekomme, oder meinen Booster-Shot, was auch immer, und dann meinte sie, ich soll vorher und danach Gatorade trinken, ich weiß gar nicht so richtig, was das ist, ich glaube, das ist irgendwie so ein, ähm, Energy-Drink, aber irgendwie auch nicht, weil meine Jungs das trinken, ich habe keine Ahnung, aber ja, das trinke ich und gucke nebenbei YouTube-Videos. Und dann, ich auch noch schon ganz, 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 Musik 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 Ta-da-da-da Ta-da-da-da-da How excited are you? West Side Story West Side Story No I'm not a member Two adults Two, yes Like we did the last time Or maybe a little bit less I think it's a little less Maybe not I think it might be more Because we won't be in shock You know what You know what You don't like ... Two hours later You wanna take this Okay Okay I feel like I'm scared all over Okay What's your ranking? Dude, I wanna rank it like a 3 Because of how sad it makes me But that means they did so good Yeah, yeah, I would say like 10 out of 10 Okay, that was our last movie Because tomorrow Emily is leaving And in 7 days I am leaving So that was We're never gonna see each other But we have like our Instagram Oh yeah, it is cold I'll come to Germany For sure We can't go out and do anything if we go with us od On We We Most After We 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 Bis zum nächsten Mal.